Ah, ist das schön heute, Marco. Schön warm. Ah, unser Studiogast ist ja auch schon da. Hä, Studiogast? Da oben. Da? Das? Ja. Die kommt in die Sendung? Ja. Die Sonne? Schön warm, oder? Da bin ich gespannt, wie die durch die Tür kommen soll. Du glaubst nicht, was die alles kann, die Sonne. Sonnenbrand. Ja. Ja. Wenn ich dich so angucke, wir sollten dich mal einschmieren, ne? Ja. Was für Sonnencreme? Hab ich vergessen. Okay, geh mal wieder in den Schatten. Geh mal in den Schatten. Es reicht, wenn wir am Sonntag um 11 Uhr wieder in der Sonne sind. Einschalten. www.elfenbande.de Ach, ich schlafe doch noch. Ja. Wir sind die Elfensbande und wir glauben fest daran, dass die Welt, wenn Kinder träumen, wirklich besser werden kann.